Sechs von acht Fabriken der Agraner stehen in Niederösterreich. In Pischelsdorf im Tullner Feld wird Weizenstärke und Bioethanol produziert. 2013 hat das Unternehmen die neue Weizenstärkeanlage eröffnet. Das Investitionsvolumen 70 Millionen Euro. Die Wiege der Agraner liegt natürlich in Niederösterreich. Wir haben gut ausgebildete Mitarbeiter. Geld ist eines, aber das Know-how ist das Wesentliche. International ist Agraner größter europäischer Produzent von Fruchtsaftkonzentraten und Im Fruchtzubereitungsbereich sind wir Weltmarktführer mit jedem dritten Joghurt weltweit aus unserer Fruchtzubereitung. Ich denke wir sind ein Leitbetrieb deswegen, weil wir ja der effizienteste zentrale und osteuropäische Zuckerproduzent sind aus Zuckerrüben. In den Werken Tulln und Leopoldsdorf stellt Agraner den Wiener Zucker und Industriezucker her. mettre in die Auf Wiedersehen. ein